Grüß dich Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu diesem Video. Schafft der BitGet Token noch ein 20 bis 60x? In diesem Bullrun ist das theoretisch möglich. Welche Anhaltspunkte gäbe es dafür? Der aktuelle Chart tradet ja auf einem All-Time-High und hat seit dem ersten Einstieg ja schon unser Preisziel erreicht. Ich bin ja seit über einem Jahr davon ausgegangen, dass der BGB-Token die 1-Dollar-Marke erreichen könnte. Hat somit von den 10 Cent auf den 1 Dollar über 10x gemacht. Und jetzt kann man das Ganze im Endeffekt neu bewerten. Wir sind noch nicht am Bitcoin Bullrun top und trotzdem hat der Coin gut performt. Welche Aussichten gibt es denn da noch in der Zukunft, um diese extrem starke Performance weiterzuführen? Wir vergleichen das einfach nochmal mit dem Binance-Coin, den ich tatsächlich im letzten Bärenmarkt auch im All-Time-High gekauft hatte. Zwischen 20 und 32 Dollar bin ich dort tatsächlich noch eingestiegen. Und nach einem 10 Halten- und Bärenmarkt war dann tatsächlich ein 20 bis 30x noch möglich, je nach Einstieg. Und der Token war ein absolut solides Investment. Wir sehen uns dazu einfach die Rentabilität, die Größe von BitGet im Vergleich zu Binance an, was das Volumen angeht, was den Use Case des Tokens angeht. Und schätzen dann ab, wie viel Potenzial wirklich noch drin ist und ob man überhaupt zu spät ist. Und dementsprechend zu Beginn wie immer ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der hier unter den ersten 12.000 Abonnenten mit am Start war. Natürlich kannst du auch noch zu den ersten 13.000 Abonnenten gehören. Wir sind ja schon ziemlich lange auf dieser Börse unterwegs. Ich habe in den letzten Kryptozyklen seit 2017 beobachten können und auch profitabel erfahren können, wie heftig ein solider Coin von einer soliden Kryptobörse in einem Bullrun performen kann. Und habe im Endeffekt hier Daten, Fakten für euch, wieso es vielleicht bei einem neuen Coin die Möglichkeit gibt, hier einen extremen Gainer in dem Bullrun mitzunehmen. Natürlich können wir dann nur Vermutungen und Prognosen aufstellen, genauso wie wir das auch schon vor über einem Jahr gemacht haben. Ob das Ganze dann eintrifft oder nicht, wird sich dann einfach zeigen. Aber nach diesem Video solltest du auf jeden Fall in deiner Recherche mehr Anhaltspunkte haben. Und vielleicht hilft es dir ja auch, die ein oder andere Entscheidung zu treffen. Die Börse BitGet, die der Herausgeber des Tokens ist, hat sich seit über eineinhalb Jahren extrem stark entwickelt. Große Werbepartner wie Lionel Messi zeigen sich hier, wie bei Binance auch Cristiano Ronaldo als Werbepartner. Und das ist natürlich ein extrem gutes Gesicht für eine Marke, für die Börse BitGet. Und die Börse selber spielt bei den Top-Größen auf dem Kryptomarkt mit. Wir sehen ja zum Beispiel das Open Interest auf BitGet mit 2,1 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu die größte Kryptobörse der Welt, Binance mit 6,45 Milliarden Volumen. Sehen wir, dass wir hier wirklich unter den Top-Börsen mitspielen, global auf den gesamten Märkten. Hier im Endeffekt noch dreimal mehr Volumen zu bekommen, wären wir schon auf dem Niveau von Binance. Dazu vergleichen wir einfach mal die Token Market Cap, die Marktkapitalisierung. Das ist der Wert, der die Größe des Gesamtkapitals in diesen Token widerspiegelt, den Gesamtwert aller Token widerspiegelt. Und wir sehen natürlich Binance hier auch ganz klar vorne mit 61,9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Hier merken wir auf jeden Fall zum BitGet Token, der hat nur 1,3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Also im Endeffekt zu Binance, zu den Größenverhältnissen zu Binance, könnte der BitGet Token hier wirklich noch ein 50x machen, damit wir hier auf die Größe von Binance Coin kommen. Das ist natürlich jetzt nicht das erste Ziel, wo ich denke, okay, das ist locker möglich. Aber im Vergleich zum Volumen können wir sehen, BitGet macht hier so ein Drittel von dem Volumen, das auf Binance getradet wird. Aber in der Marktkapitalisierung sehen wir, dass es nur ein 50stel so groß ist wie der Binance Coin. Und da denke ich mir, okay, von der Leistung der Börse ist da vielleicht ein guter Discount festzustellen, wenn ich weiß, hey, das ist im Endeffekt ein Drittel so groß wie Binance, was dort getradet wird. Der Coin ist ein 50stel so groß, ist für mich schon ein fairer Anhaltspunkt und kann man auf jeden Fall noch optimistisch zusagen. Und natürlich hier den Punkt mal abhaken, ist es zu spät für diesen Coin, für den BitGet Token, der eben gerade nahe dem Ultima Richtung einem Dollar getradet hat. Und zu meiner Historie mit dem Binance Coin selber, ich habe den im letzten Bärenmarkt gekauft, einfach damit ich Gebühren sparen kann. Die Use Cases werden nämlich jetzt auch 1 zu 1 verglichen. Und glücklicherweise war mein Einstiegspunkt, der auch verdammt hoch beim All-Time-High war, mit 28 bis 32 Dollar um den Dreh immer wieder eingekauft, trotzdem im Vergleich zu den Bull-Marktpreisen extrem günstig gewesen. Und jetzt kommt natürlich eines dazu. Ich denke, der BitGet Token und auch der Binance Coin, so wie wahrscheinlich alle guten Börsentoken, werden im Bull-Warn-Extrem steigen können. Und der Messwert, der Vergleichswert der Marktkapitalisierungen wird wahrscheinlich selber bei Binance Coin noch ein 2, 3 oder 5x machen können. Und dementsprechend denke ich mir, dass der BitGet Token hier wirklich gute, gute Aufstiegschancen hat, in diesem Markt mit seinem aktiv getradeten Volumen hier Geld zu machen. Die Börsen verdienen hunderte Millionen pro Jahr, wahrscheinlich sogar Milliarden pro Jahr. Wir erinnern uns, Binance hat eine der größten Strafsummen jemals bezahlen müssen, weil es im Endeffekt illegale Transaktionen oder im Endeffekt nicht genehmigte oder sanktionierte Transaktionen durchgehen hat lassen. 7 Milliarden Dollar Strafe und die Börse konnte sich das einfach so leisten. Die haben das gezahlt und im Endeffekt, der Token, er tradet einfach weiter und steigt nach dieser ganzen Geschichte sogar. Das sind hier enorm profitable, Millionen, milliardenschwere Börsen, die eben hier einen Altcoin im Vordergrund haben. Und so gut wie kein einziges Projekt, wenn ich durch CoinMarketCap blättere, hat nur ansatzweise so starke Umsatzzahlen. Natürlich, Bitcoin brauchen wir mit nichts vergleichen. Ethereum selber hat auch eine sehr teure Chain, hat sehr viel Volumen und ist profitabel. Aber im Endeffekt, alles unter Solana kannst du vom Umsatz her in die Tonne schmeißen. Das sind teilweise sogar nicht profitabel Blockchains, nicht profitable Kryptoprojekte. Und dann siehst du hier, diese Börsen setzen Milliarden an Volumen um. Das ist schon mal ein Fundament, das so gut wie kein Kryptoprojekt vorweisen kann. Und natürlich kommt der Vorteil noch dazu, wenn viele Leute in den Kryptospace kommen, neu dazukommen, braucht man eine Börse. Die wenigsten fangen wirklich mit dezentralen Anwendungen an, wissen wie man ein Non-Custodial Wallet erstellt, Private Keys und Co. Die nehmen einfach einen Account, E-Mail, Passwort oder kaufen das jetzt auch in ihrem Börsendepot als IBIT oder einfach Bitcoin ETFs von anderen Anbietern. Und die Kryptobörsen, die sich gut positionieren, fangen eben sehr viele Neuankömmlinge im Kryptomarkt ab, profitieren davon auf jeden Fall. Und dann diesen Usern einen Anreiz zu geben, den Token zu halten, hat bei mir damals ja genauso gut funktioniert. Der Binance Coin Use Case ist jedem klar. Man spart Gebühren, man hat Launchpad Allocations und es ist für das dezentrale Wallet auf der eigenen Binance Smart Chain im Endeffekt der Treibstoff, um Transaktionen bezahlen zu können. Und beim BitGate Token verhalten sich diese Use Cases sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr positiv. Wir können uns das einfach mal ansehen. Und zwar habe ich als Nutzer ebenfalls die Möglichkeit, wenn ich einfach 50 Dollar im BitGate Token halte, dass jede Transaktion, wenn ich Bitcoin in Dollar wechsle oder zum Traden beginne, im Endeffekt günstiger wird. Ich spare 20% der Gebühren, wenn ich das im BitGate Token bezahle. Noch dazu gibt es Launchpads, wenn ich den BitGate Token halte, bekomme ich ab und zu einmal, zweimal im Monat die Möglichkeit, bei Launchpads oder im Endeffekt Launchpools mitzumachen. Das finde ich dann im Endeffekt hier, könnt ihr euch hier auch die Historen ansehen. Hier zum Beispiel bei diesem Launchpool hat man im Endeffekt einen 2,3% großen Aufschlag in einem neuen Token bekommen. Das hat sich natürlich ausgezahlt. In manchen Launchpools ist die Rendite kleiner, 1%, 1,8%. In Summe gesehen sind das nette Bonis, die sich einfach auszahlen können und natürlich könnten diese Token auch steigen. Das heftigste Launchpad, das ich bisher so auf einer zentralen Börse gesehen hatte, war auf einen selber, die mit dem Projekt Steppen einen Token quasi übers Launchpool ausgeschüttet hat, der ihn über 300x gemacht hatte. Also im Endeffekt, wenn du 1.000 Dollar am eigenen Börsentoken gehalten hättest, 1% bekommen hättest in diesem Launchpool, hättest du aus 1.000 Dollar, 3.000 Dollar Launchpool-Ernte gehabt. Das ist natürlich nicht, was man standardmäßig erwarten darf. Nichtsdestotrotz ein Use Case, der viele Käufer anzieht, ist bei Bitcat ebenfalls abgehakt. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel das Staken des BGB Tokens, der es mir ermöglicht, auf der Börse kostenlose Auszahlungen tätigen zu können. Das ist natürlich eher bei den günstigen Chains so, dass du dir immer die 1 oder 2, 3 Dollar Gebühr sparen kannst. Bei Bitcoin oder Ethereum Auszahlungen mit 20, 30 Dollar Gebühr kann man das leider nicht so umsetzen oder wird das nicht kostenlos gemacht. Aber trotzdem ein weiterer Anreiz, der eben hier dazu kommt. Und dann der dezentrale Aspekt. Neben diesem riesengroßen Volumen, das auf Bitcat gehandelt wird, haben wir auch ein dezentrales Bitcat Wallet. Es gibt zum Beispiel auch vom Anbieter Robinhood, wer das nicht wusste, die haben auch jetzt eine dezentrale Möglichkeit, mit eigenen Private Keys ein Wallet zu erstellen. Und wir wissen auch, dass Firmen wie Consensus, die das Metamask Wallet auf den Markt gebracht haben, enorme Profite einfahren mit den Gebühren. Die haben hunderte Millionen Nutzer und haben auch extreme Firmenwerte erreicht. 7 Milliarden Dollar, also auch auf dem dezentralen Bereich sollte man sehen. Und Bitcat hat hier ein eigenes Wallet, ein dezentrales Wallet. Wir sehen zwar, dass hier im Endeffekt nur 200.000 Nutzer drauf sind, trotzdem ist das hier ein guter Start. Wir wissen damals, als Binance die Binance Smart Chain veröffentlicht hat, nutzbar gemacht hat, da ist der Preis im Endeffekt hier wirklich durch die Decke gegangen, von knapp 50 Dollar in wenigen Wochen auf fast 700 Dollar und hat einen riesengroßen Push gebracht, hat natürlich extrem viele Leute zum Kauf von Binance Coin verleitet. Jetzt ist der Markt mit Konkurrenten im Endeffekt gestreut und man muss hier wirklich langsam und stetig aufbauen. Da ist Bitcat mit dieser Nische auf jeden Fall auch gut vertreten, aber diesen Ultra-Hype wie Binance darf man hier auf jeden Fall nicht erwarten. Wo aber Bitcat definitiv punkten kann und wir vor allem mit dem Bitcat-Token eventuell große Zuwächse und Kursanstiege rechnen könnten, wäre die Bitcat-Karte. Die kommt bald online. Also ich glaube im zweiten Quartal von diesem Jahr 2024 können sich alle Nutzer eine Bitcat-Karte bestellen. Also im Endeffekt, wenn du Bitcoin hältst, Gewinne machst, kannst du gleich in deinem Account die Bitcoins mit deiner Karte ausgeben. Das ist auf jeden Fall ein super Produkt. Wir haben gesehen, wie Crypto.com und sämtliche andere Anbieter mit diesem Use Case ihren eigenen Token extrem pushen konnten. Hier wird es wahrscheinlich so sein, dass man den BGB-Token staken muss oder halten muss, um verschiedene Vorteile bei einer Karte freizuschalten. Wenn man mehr Token hält, bekommt man im Endeffekt mehr Vorteile und das könnte das Ausgabelimit erhöhen. Es wird Cashback bis 8% möglich sein und das ist im Bullrun dann natürlich spannend. Wenn die ganzen Bags extrem explodieren, wenn die Krypto-Gewinne und die Kurse so hoch gehen, dann sind viele Leute bereit, ihr Geld irgendwie umzuschichten und vielleicht auch in den Bitcat-Token zu parken. Ich würde hier definitiv noch die Zeit vor der Bitcat-Karte nutzen, wo der Kurs vielleicht noch günstiger ist als nach dem Launch. Das ist immer so eine Sache, der Kurs ist hoch. Ja, wir wissen es, auch damals bei 20 Cent, wir sind hier bei 10 Cent eingestiegen und das Video verlinke ich euch hier oben, habe ich bereits bei 20 Cent wieder eine Portion verkauft. Ein schnelles 2x, womit ich mehr Bitcoin kaufen kann, sollte das Ziel sein. Ich habe auf jeden Fall den ganzen Weg nach oben tatsächlich wieder aufgestockt und sogar noch bei 65 Cent gekauft. Das ist im Endeffekt eine bittere Pille, aber im Bullrun gilt folgende Regel, buy high, sell higher und dementsprechend bin ich wieder in den Token rein. Ihr könnt aber sehen, auch damals war es das All-Time-High beim Bitcat-Token und es hat trotzdem noch hier ein 5x rausgedrückt. Wenn wir hier diesen Chart ansehen, wir sind am All-Time-High. Es kann natürlich kurzfristig korrigieren, aber mit diesen fundamentalen Daten, Use Cases und Potenzial, dass Bitcat wirklich mit starkem Marketing, heftigen Werbepartnern und eben wirklich viel Volumen und Nutzern bringt, könnten wir hier wirklich einen guten Treffer landen. Ich denke, es ist noch nicht zu spät. Der große Unterschied zu Binance Coin, 62 Milliarden Market Cap, 1,3 Milliarden Market Cap. Also da denke ich, ist in dieser Liga noch Platz für Gewinne und dementsprechend halte ich auch eine 5-stellige Position im Dollarwert am Bitcat-Token. Wir werden dann einfach mal sehen, was passiert. Ihr könnt gerne reinschreiben, welchen Preis der Bitcat-Token zum aktuellen Zeitpunkt hat, wo du dieses Video siehst. Würde mich einfach mal interessieren, wenn wir dann in einem Jahr runterschauen und vielleicht richtig, richtig gute Einstiegspunkte finden. Dementsprechend hilft das natürlich auch dem Algorithmus. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dazu, diese Analyse. Und schreib auf jeden Fall auch von deiner favoriten Kryptobörse den Coin rein, wo du denkst, dass der richtig gut performen kann. Dementsprechend wünsche ich euch mit dieser Analyse wie immer die maximalen Profite mit euren Investments. Lassen wir uns einfach überraschen, was mit diesem Token noch passiert. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Livestream, Video, Telegram-Gruppe oder in den Kommentaren. Ich wünsche euch für immer was. Ciao, ciao. Outro